Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, es ist Wochenende und wisst ihr was das heißt? Es gibt wieder Sonderangebote im Lidl Billiger, schnappt nur heute zu und ihr spart genau einen Cent Original ich auf dem Weg zum Lidl nach dieser Information An alle die noch zu Hause bei den Eltern wohnen, genießt diese Zeit ohne Witz Ich habe Kulturschock bekommen als ich das erste Mal alleine Wäsche waschen musste oder einkaufen oder kochen Ich struggle bis heute noch Was labere ich? Ich kann überhaupt nichts Ich bestelle Essen jeden Tag, zum Frühstück, Mittag und Abendessen lasse ich schön den Bray auf dem Fahrrad zu mir kommen, damit er mir mein Essen bringt Und genau so sah es doch aus, als ich das erste Mal das Geschirr waschen wollte Ich sollte die Spülmaschine anmachen, ich habe aus Versehen, was man in Wäsche reintut In Wäsche? Allah bella Yo, die Mutter hat jetzt erst gecheckt, wie die Tochter reingeschickt hat Einfach Waschpulver benutzt Meine Mom hätte mich danach zur Adoption freigegeben, hätte ich ihren Geschirrspüler so gef***t Was ist das für ein Monster? Das ist einfach diese fette Spinne aus Harry Potter Hätte ich die bei mir in der Wohnung gesehen, gäbe es nur eine Lösung Alter, die Spinne hat ohne Reverse-Karte gemacht Wie krass hat die sich da rausgekämpft Die armen Mädchen haben danach Panikattacke geschoben Alle nur so Ich will nicht wissen, was in dem Zimmer danach noch abging Spinne Eins Mädchen Null Das ist echt ehrenlos, man Die wollten doch nur ihren schönen Tag im Cabrio genießen Die brauchten gar nicht zum Strand fahren, die sind da schon baden gegangen Wäre ich der Fahrer vom LKW, ich würde kurz abbremsen Und dann das gleiche nochmal machen, bis sich der Mustang in ein U-Boot verwandelt Diese zwei Mädchen hier wollten einen lustigen Snapchat-Filter ausprobieren Und ihr glaubt nicht, wie dieses Video enden wird Ich hab kurz gedacht, die Frau sieht wirklich so aus Ich hab vergessen, dass der Filter noch an war Und warum erinnert sie mich an diese eine Oma aus diesem einen Film Ihr wisst schon, wen ich meine Eins zu eins See no difference Wenn du frisch aus einer Beziehung kommst Und vergessen hast, wie man mit Mädchen redet Bro, ich muss nicht mal frisch aus einer Beziehung kommen, um das zu vergessen In meinem Kopf zu Hause sehe ich mich immer so als Big Big Playboy an Aber sobald ich dann wirklich vor einem nicen Mädchen stehe Alle Funktionen in meinem Gehirn schalten aus Ich verlerne auch zu reden einfach Aber wir schauen mal, wie es dieser Typ hier meistert Komm, bewertet ihr Okay, sag du, sag du, komm her Ja, aber du musst schon in den Augen schauen Achso, aber ich kann nicht gut betonen, aber ich sag ja Ja, okay Also, ich weiß schon, was der Unterschied zwischen den Sternen schnuppern hier ist Nein Wenn ich eine Sternen schnuppe sehe, dann wünsche ich mir was Und wenn ich dich sehe, dann wünsche ich mir was Wow, sehr süß Und jetzt bist du dran, Bro Komm schon, sie will dich doch auch Du kannst quasi nicht verkacken Bist du, Michael? Weil immer, wenn ich sie sehe, bin ich auch die Jackson Risk Level 9000 Was denkt ihr, hat er sie damit gepullt? Also, ich würde sagen, er hat mies reingekackt Aber die eigentlich wichtige Frage ist Wieso ist der Typ neben ihm, mitten am Tag, draußen Eine verdammte Gurke? Wer denkt sich so als Snack heute für unterwegs Ich pull einfach mal diese Gurke aus meiner Tasche und schnabulier die auf Ganz entspannt Tag 1 von Ich baue mein eigenes Haus Umsonst Was hat er damit vor? Ich glaube, er will die Schule so Stück für Stück klauen Jeden Tag ein was mehr mit nach Hause nehmen Und in zwei bis drei Jahren kann er dann zu Hause sein eigenes Klassenzimmer im Garten aufbauen Geile Idee, Mann Fällt dir auch gar nicht auf, dass genau bei deinem Tisch der komplette Boden fehlt Top 10 Cover your Farts Hell no, was für Cover your Farts Geh doch einfach aufs Klo, Mann Halt doch noch 5 Sekunden zurück Geh raus und furz dann draußen, Mann Mit so einer Aktion riskierst du wirklich deine komplette Schuhlaufbahn Man wird doch gemobbt danach Okay, der ging noch durch Da kann man noch so sagen Yo, der Stuhl hat gequietscht Ich war das nicht Willst du mich verarschen? Oh, okay, der Fart Cover my Farts Oh Sein Körper hat ja mal ultra das Delay Der Furz kam einfach 5 Sekunden später Du hast wirklich reingeschritten Also, wortwörtlich Reingeschritten Ist ja unglaublich Und wisst ihr, was auch unglaublich ist? Ihr werdet mich erst für verrückt halten Aber es ist wahr Die Freiheitsstatue wurde gesehen Wie sie sich bewegt hat Oh mein Gott Was? Ja, du hast richtig gehört Und wie es aussieht, hatten die Verschwörungstheoretiker schon immer recht gehabt Dass die Freiheitsstatue gar keine Statue ist Sondern ein Echsenmensch Was? Ja Es tut mir leid Ich hab wirklich überlegt Ob ich das ins Video packen soll oder nicht Kommt, sch** drauf Lasst uns einfach weitermachen Heute zeig ich euch, wie ihr eure Jordan 4er checkt Ob sie real sind oder nicht Was ist das denn? Wenn Mama sagt, wir haben Nike Air Jordan zu Hause Als erstes, dieses Teil sollte direkt hochpoppen Wenn ihr es so unterdrückt Wenn es nicht macht, dann ist es fake Dieses Gitter sollte so runtergehen Also so schräg runter Und nicht gerade Und dieses Gitter sollte mit dem Swoosh gehen Dann, wenn ihr hier die Taubox runterdrückt Sollte es direkt wieder hochkommen Und nicht einfach so langsam hochkommen Dann hier sollte es hinten so runter Da hinten ist alles voll mit Klebeband Ich weiß ja noch nicht so recht, ob die wirklich original sind Nein, und nicht einfach gerade runtergehen Der Jumpman hier sollte vier Finger haben Und hier unten der Jumpman sollte so rausstechen Was ist das denn für eine Sohle, Mann? Ey, wie kann man so viel Langeweile haben? Aber danke für deine Analyse Jetzt weiß ich immerhin, woran ich erkenne, dass sie echt sind Auch starkes Zertifikat Stock X 100% real Nice Wo kann ich diese edlen Treter kaufen? Ich brauch die Oder einmal in eine Pfütze treten und die sind gef***t Okay, lasst uns mal kurz vergessen Dass man dafür eine Psychose haben muss Um auf diese Idee zu kommen Wie kann es sein, dass diese Wiener Eine bessere Skincare und Haarroutine hat als ich Mann, irgendwas läuft doch falsch in meinem Leben Boah, hab ich Bock auf diesen Hotdog, Mann Der sieht so lecker aus Mh Musik Mh 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 Musik Dieser Typ hat auch 100% Amerika-Bettwäsche. Ich habe die perfekte Beschäftigung gefunden, falls ihr Langeweile habt. Ameisen funktionieren so. Eine Ameise findet irgendwo Nahrung oder Materialien, geht dann zurück, um Verstärkung zu holen. Wisst ihr, was ihr jetzt machen könnt? Legt Nahrung irgendwo hin. Wartet, bis die erste Ameise es gerochen hat. Und in dem Moment, wo die Ameise zurückgeht, um Verstärkung zu holen, nehmt ihr die Nahrung einfach wieder weg. Die erste Ameise, die das Volk geholt hat, wird danach einfach vom Volk ausgestoßen und muss alleine weitermachen. 10 von 10 Prank, kann ich nur empfehlen. Und damit Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr im nächsten Leben nicht eine Ameise werden wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.